Abonnier uns jetzt kostenlos. Mit Topic, du kennst diesen Song bestimmt. Breaking Me, was ein Brett. Und jetzt haben wir die Ehre zu erfahren, wie du den produziert hast. Und wie hat das Ganze angefangen? Ja, das Ganze hat angefangen erstmal klassisch mit Songwriting. Wir haben uns hingesetzt, erstmal den kompletten Song geschrieben. Das war teilweise auch wirklich auf Piano oder halt irgendwie auf so einen provisorischen Beat. Und dann haben wir halt Miami halt alles aufgenommen, die ganzen Vocals gemacht und so. Und als ich dann zurück nach Hause gekommen bin, hab ich mich hingesetzt und die Produktion stand schon als Arrangement, wo der Drop war und bla bla. Aber dann bin ich an die Sounds rangegangen und hab halt da versucht, was Besondereres zu finden. Und dann hab ich halt angefangen, also der Hauptsound ist halt eigentlich von so einem Synthesizer von mir, so ein MOOC. Das ist ein Hardware Synthesizer, das spiel ich mal ab. Das ist so der, kennt man vielleicht. Der ist schon gleich am Anfang auch zu hören. Genau, ja. Und der geht eigentlich den ganzen Song durch, so. Und, äh, ja, ich lass ihn mal kurz durchspielen. Ja, fühle ich. So, und dann kommen halt Drums dazu, ne? Oh, ja. Ah, genau. Ich hab da noch ein paar andere Instrumente dazu, so Klavier und so. Aber spielst du selbst auch Klavier? Ein bisschen, ja. Es ist ganz praktisch, wenn man das ein bisschen so... Ach so, sowas ist ganz einfach. Es ist ja nur den Akkord hinlegen. Okay, verstehe. Ja. Äh, ja. Und dann Bass nicht vergessen, ne? Ganz wichtig. Ja. Boah. Aber du hattest erst mal, ihr hattet schon die Melodie von dem Gesungenen. Also ihr hattet schon... Genau. Der war komplett aufgenommen, ja. Ach so. Und dann hast du halt überlegt, was mach ich jetzt statt Piano von der Melodie? Genau. Was nehm ich da für Synthesizer? Und wie wird das richtig wild? Ja. Okay, aber was war das Schwierigste an dem Song? Äh, das Schwierigste war das Mixing irgendwie. Also den Song halt abzumischen. Das bedeutet halt, wie laut macht man Sachen und sowas. Ja. Da ging es echt viel hin und her. Und ich war auch... Oh, ist der Song rausgekommen? Ist auch jetzt... Ich bin immer noch nicht so happy mit dem Mixing. Was? Ja. Aber... Oh Leute, könnt ihr noch mal ganz kurz weghören? Oder vergessen, was ihr gehört habt? Weil hier kommt eigentlich die richtige Version. Kann die bitte auch noch mal welltet werden? Nee, nee, das ist schon... Ich hab da jetzt nichts mehr dran verändert. Aber es ist halt auch... Ich hab auch mit vielen anderen Produzenten gesprochen, die verstehen halt, was ich meine. Aber viele sagen halt auch, das gibt dem ganzen Jahr auch Charakter irgendwie. Das ist halt so ein bisschen anders klingt. Auf jeden Fall. Ey, hau mal noch mal was rein hier. Hast du noch irgendeine Solospur, die man sich gönnen kann, die nochmal richtig Atmosphäre reingebracht hat? Ähm, Atmosphäre, sagst du richtig? Ich hab hier zwei fette Atmosphären-Spuren. Oh shit, ich glaub, da kommt ein bisschen Atmosphäre rum. Ja, Mann. Das ist halt wirklich... Die heißen auch Atmosphäre, die Spuren bei mir. Ja, und dann halt... Gitarren hab ich sogar drin. Auch alles leise, die ist halt einfach nur so ein bisschen special, Mann. Da halt wieder der Synthesizer. Sag mal, dieser A7S, oder? Wird der so gesprochen? Ja. Mit dem hast du auch den nächsten Song, also hier diesen Why Do You Lie To Me. Ja. Der ist jetzt auch noch draußen. Ist das jetzt so die Kombination, die du dauerhaft machen wirst? Also, dass du jetzt deinen... Weißt du, wie David Guetta und Sia, so, weißt du? Die machen immer wieder. Die machen ja auch nicht in jenen Songs zusammen. Nee, nee. Aber wir werden auf jeden Fall noch ein paar Dinger zusammen machen bestimmt. Und was wir halt vor allem machen, ist, wir schreiben alle Dinger zusammen. Ja. Also, wir sind immer zusammen im Studio und machen die Songs. Und die kann ja später auch jemand anderes singen. Weißt du? Ach so. Aber das sagt ja auch, ist okay für mich. Ja, ja, es hilft. Ach so. Also, du hast deinen Songwriting-Genie im Hintergrund so. Und mit Melodien gleich schon. Und dann bist du dafür verantwortlich, dass du ordentlich wurmst. Ja. Okay. Ja, wir machen das eigentlich beides zusammen immer. Wir sind halt immer zusammen im Raum. Und ich mache manchmal ein bisschen an den Melodien was mit und am Text. Und eher so ein bisschen an der Produktion auch. Aber das geht so Hand in Hand. Gem FM. Deine Nummer 1 für neue Musik.